Gerade die Kinn-Spitzendarstellung ist in Kombination mit der Joe-Line-Behandlung sehr häufig, wie in diesem Fall. Und so schaffen wir es hier nicht nur einen etwas spitzeren Kinn zu erzeugen und damit etwas Jugendlichkeit wieder zurückzubringen, sondern auch die Joe-Line fester zu ziehen und dafür ist diese Behandlung hier am besten geeignet.